Willkommen bei One Every Day. Jeden Tag eine App. IOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, servus, grüßi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge. Erneut aus der neuen Kategorie Liederempfehlungen, das Lied Hurricane von Castellos, drei Schwestern aus den USA. Ich verlinke euch das zum Lyric Video bei YouTube. Könnt ihr auch bei YouTube Music, Spotify, Deezer etc. hören. Ähm, es ist ein richtig, richtig tolles Lied. Country Musik gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich kann so mit moderner Country Musik irgendwie nichts anfangen. Also so Johnny Cash und Co., das ist so mein Ding. Äh, moderne Country Musik eher nicht. Ich finde die, die drei Schwestern, äh, Castellos, äh, die schaffen das, so den, den Flair, den Vibe, äh, der alten Country, äh, Musik so rüberzubringen an das, oder besser kann ich das nicht, äh, ja, nicht beschreiben. Äh, tolles Lied, gefällt mir. Ähm, sei euch hiermit ans Herz gelegt und empfohlen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Tschüss, bis zum nächsten Mal.